hallo willkommen zurück zu einer neuen folge forest die wg heute mit dabei bayerwald der andrena und bei mir leider gleich wieder ein vogel aufwarn zu wissen ja genau so wir wollen jetzt rüber glaube ich mal da hinten zu dem berg schicken auf diesem weg noch grün liebe grüße an unseren ja genau auf rock am ring rumtreibt richtig links sind freke gehen wir rechts vorbei links in zwei freke war was ja rechts antäuschen links antäuschen rechts vorbeigehen wartet mal ich wollte mal oben eben gucken ja das nur kopf hat sich da oben ja an diesen glory hole schon irgendwas ja auch so ein bisschen oben ja noch unsere wald ach das kenne ich ja noch gar nicht nein das ganze noch nicht so kann ich das sei das glory hole da scheint sich nichts getan zu haben nicht reinfallen nicht richtig aber hier haben schon so kleine sieht das nach vorne ist aber ich auch eine höhle so art höhle ja warte mal ich komme ja ich sehe das da ist eine höhe ja stimmt also noch hin zum boden ja das war vorher nicht da das war interessant das sind texturen kaputt habt ihr auch die textur ich würde trotzdem lieber erst zu dem berg gehen gehen wir erstmal rüber hinten richtung höhle können wir ja dann ist das vielleicht sogar die höhle wo der muschi klaus drin ist beziehungsweise wo wir dann damals alle gestorben sind kann das das sein nein 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 die geht anders raus ich sammle mal stöcke ein und sowas unterwegs ja tut es vorsicht links steht schon wieder so ein komischer gruppe rege die pilgern glaube ich alle rüber zum berg ja ist da etwas besonderes keine ahnung hier liegt auf jeden fall ein baumstamm kann man darüber gehen was ist denn das was wo rechts seht ihr es ist das vieh ach du scheiße was ist das muschi klaus was macht der hier draußen weiß nicht lass weitergehen werden den raus gelassen boah die sind über schildkröten ja alle weg der muschi klaus das ist aber noch der versuchte hochzukommen lasse da unten verstärkt können da kannst du rüber gehen jetzt oder gott ist das schon immer nein was ich gar nicht letztes mal war hier noch was da größer hat es schaut selbst wenn es die insel vergrößert hätten wie geil ist das denn mal gucken was hier so gibt was ist eine höhle hier ist eine höhle ich habe eine höhle okay cool wie geil ist das denn ich will es gern wegpunkt setzen ich sehe nix hilfe kurz mal glaube ich die taschenlampe an ich habe gar keine ich habe eine die steine an der wand die du rauspuppeln kannst hier liegt eine decke vorsichtig sein ist das hier ist ein seil das ist hier das kann runter klettern ja 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 mach du mal wie geil ist das denn wer weiß wie oft das profitiv gezählt runter also unten leuchtet irgendwas blau ich komme auch gerade mal runter hier sind ganz viele musikler sagte scheiße recht ja da vorne da seht ihr sie das sind so zwei viecher steuer ja 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 lass mal wieder hoch ach du heiliger schneller geh schneller bei ja ich habe angst bin schon fast oben wo ist das jetzt geil ich habe hunger und durst ich habe nur kondition weg ja weil die kondition ist der auch auf aber das hammer ist das geil ein komplett neuen teil von der insel zu haben ja alter mein feuerzeug geht hat startschwierigkeiten wir sind krass die leute da unten das ist ein richtiger mutanten ja ich habe schon überlegt ob dieses diese dieses dinge also bikini atoll mäßig atombomben test waren ja was lassen wir weitergehen hier in die richtung richtung berg ja da leuchtet irgendwas im wald anja es ist nur der baum der ist hier rot da leuchtet ein bisschen rot wird das schon wieder dunkel ja wird es hier oben leuchtet hier leuchtet was links neben mir auf dem berg hier recht wo bist du ja hase nein hase da seid ihr der lichtschein bewegt sich oder sie tut das bei die auge liegen die ganze menge sticks rum also sehr viele sticks mit ja den berg hochgehen ich sehe gleich gar nichts mehr ja dass wir hier hochgehen ja mehr als sterben können wir ja nicht nee ich muss man leiter was denn das für lichter die hier durch durch das sind die ganze sticks die vielleicht bei dir leuchten da sind reflektionen was du siehst vom monschein der cold and wet ich muss mal ein feuerchen bauen geil ist schnee ja schnee das was bei dir leuchtet ist schnee tatsache wie geil ist das denn ja aber nicht dass wir jetzt hier gleich erfrieren oder so ja wir können ein feuer machen ja ich brauche ich mal kurz ein feuerchen vom pilz euer hat mal kurz ein feuerchen da machen wir ein feuerchen wie bist du ich nicht ganz einfaches auch hier könnte man schauen was ich dabei habe alles dabei okay feuerchen ist das geil you are cold and you will build a fire to get dry ich feier das gerade richtig den neuen teil von der insel also ich weiß nicht ob es so ist jetzt stehe ich hier beim feuer und werde ich jetzt auch hier und ich habe es jetzt noch kein gesehen der hier rüben war ich brauche nur kurz ich habe nichts ich habe nichts ich habe mir da ein bein drauf ja verdammt voll die muschikläuse überall man kann jetzt auch irgendwie mit mit l kann man hier jetzt oder oben steht recht da steht ein fraggle hei der witzger entschuldigung andrena ich habe dein lurch gerade gegessen naja dann musst du wohl mit meinem ja dann nimmst du mal rein das ist das ist es ist ein bein ich kann das bein nicht nehmen jetzt gar nichts ich habe noch Hunger ach nö ich habe das habe gar nichts gebracht was soll das denn war das was anderes naja dann würde ich sagen wir gehen weiter oder ich bin immer noch cold and wet was soll das ja dann weiß ich nicht mehr vielleicht vielleicht hätte man es in der höhle machen sollen das feuer warum wir trotzdem weitergehen jetzt wird es gleich hell ja der mond kommt lass uns mal richtig die richtung diesen berg gehen da ja hier sind pilze aber hier kann man hoch so ist das geil hier ich habe mal die pilze gegessen ob es gut war oder nicht war gut okay da ist auch noch ein pilz richtig geil hier sind total viele pilze irgendwie ich glaube wir sind im wald hier ist ein wachstherr war ja komm mal hier zu mir guck mal rüber was was liegt denn hier ach ne es ist glaube ich ein container da drüben wo bist du da hinten am strand das ist ein container am strand erklärt aber immer noch nicht wo dieses weiße ding war was wir gesehen haben oder war das der höhleneingang keine ahnung höhleneingang gewesen sein oder was auch immer vielleicht war es der schnee der geglitzert hat nein wieso habe ich nicht das ist echt geil hier ja das ist richtig cool ich habe jetzt chicory eingesammelt hier ist hier sind sie ja und ganz viele sticks liegen ja auch schon wieder rum und da drüben ist ein boot oder sowas irgendwas liegt da so ruhig hier stirbt durch ich habe irgendwas eingesammelt hallo durch magst du gut essen würde ich die bärchen durch kenne durch ist gesammelt sie auch kann ich nicht mehr ja weiter können wir hier oben ihren außenposten errichten ha 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 ich will auf den berg hoch ja ich habe das massiv an direkt wer ist echt geil hammer ja ob du da hochkommst ist eine andere sache schimmer gleich links geht es auf jeden fall mal hoch ein bisschen wie geil das ausschaut hier mit schnee und geschimmer und absolut das wissen ob das jetzt die ganze zeit schon existiert hat oder ob das sind das waschbär ja waschbär aber was auf jeden fall neu ist dass wir alle jetzt die dinge sehen das haben sie wohl endlich in griff bekommen was man ja es ist aber nicht nicht immer noch nicht alles so gut der berg ist halt noch teil verpixelt irgendwie bei mir so schön ist das die geile aussicht oder ist das schnee blindheit was ich das hier gerade kriege dass es schon aus dass sie jetzt gebaut ist ja aber kurz das ist ja ziemlich krasse felswand ja es schaut aber nicht natürlich aber ich bin runtergefallen ich habe mir wehgetan dass sie unten sieht ziemlich komisch aus wo ich dachte jetzt rum rennt ja da bin ich jetzt auch kommt mir ist aber nichts kein eingang kann gar nichts nur weiter schauen nirgendwo dann lassen wir um den berg rundherum gehen einfach in irgendeinem was wir lassen uns lass uns doch einfach auf dem berg hoch auf berg mehr als sterben können wir ja nicht richtig verliebt unser zeugs ich bitte mir ist immer noch kalt sollte ist ja weil es hier schneit vielleicht ja schrecklich bitte feiert aber ich sagen brauche ich auch schon wieder aber ich habe eine dose saufen mit saufen habe ich nie problem bilder feiert so geht es die wie kein wörter wieso komme ich ja nicht hoch gute frage wir machen wieso komme ich in berg steige die seit oben ich komme nicht hoch jetzt geht es auf mich ja hier und das ist auch so eine komische felswand die aussieht als wäre sie gebaut worden das ist aber so irgendwie von der grafik her hat eine aussicht hier hammer wenn es jetzt tag wäre könnten wir richtig weit gucken bin ich gespannt weil es wird ja es dauert ja nicht mehr lang ist es tag wir sind jetzt gerade mitten der nacht ist das weiter hoch kommt man nicht mehr geht nicht 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 wenn wir so geworden oder in müssen wir wollen ja ja okay also ich kann aber da unten auf die mauer gehen ja das können wir nicht nach grafik aus als alles andere hier oben müssten 16 außenposten bauen weiß aber kein holz da müssen wir hoch holen ich mag doch nicht das ganze holz hier hoch ich mache uns auch noch mal ein feuerchen weil irgendwie ist mir kalt ja und war was zu zu essen nicht auf stamina aber habe ich glaube ich noch jeder bierdose kommt hilft immer ich habe nichts zu trinken mehr ich habe nichts zu essen mehr ich habe nur noch einen kopf ich habe vergessen habe ich noch nach marigold habe ich noch ja so feuerchen ist da das bringt ja nix da muss ich ja schon direkt rein stellen was haben alles ich habe einen topf ich habe einen arm dabei und irgendwelches zeug marigold das bringt nichts ich habe noch einen lurch ich habe zwei lurch und einen hasen also wenn ihr hunger habt es kein thema hunger habe ich nicht aber es trinken könnte weil du fast sie warten auch mit dem hunger bis ich habe zum coach da ist ich kann mir tragen ich habe aus und pouch ja ja den habe ich auch aber wie liegt man den den hatte ich mal bevor ich gestorben hat jetzt jemand kann man von euch habe jetzt bei equipped ich wusste jetzt wie ich habe da kann man wasser rein tun oder so ich glaube ja das steht dabei das fand wenn man bären sammeln will benutzen aber im bruch hat jetzt immer den hunger von euch jetzt habe ich noch keine ja ich weiß mir einen drauf das ist gar nicht schlecht hier passiert wenn man von hier oben runter fällt probier es aus ich bin ich so dafür den freitod zu wählen wir können ja hier noch in die richtung gehen und mal hier hinten rum vielleicht wer weiß wie weit die ball geht dann wir können mal gucken ob ich vielleicht hier noch eine höhler finden oder ich bleibe jetzt mal hier am feuer stehen wir haben mich auf so ich habe die aussicht ist saugeil aber jetzt sollte ich mich aber ab jetzt sollte ich aber mal soweit wir sollten bewahren werden was was hast du gemacht ich brenne ach du brennst aber trotzdem your cold and wet ja bei mir auch gerade ich bin auch schon wieder you cold and wet ist bei mir die ganze zeit so ja klappt irgendwie gerade nicht feuer an hier bilder feuer to get dry ja ist ja nicht so dass wir nicht am feuer stehen das stimmt krieg jetzt mal zum feuer ich sitze ja quasi fast im feuer ich auch ich brenne jetzt mal wieder aber hat irgendwie keinen effekt nicht wirklich bin die lebende fackel aber wollen wir mal langsam losgehen weil sonst habe ich gleich hunger ja ich glaube auch das bringt nichts das bringt nichts wir sind am ende der folge angelangt wir haben ja gut genau da können wir noch einen moment warten dann in der nächsten folge bis tag ist dann können wir die aussicht noch genießen doch schön genau okay wir sehen uns in der nächsten folge das will ich doch hoffen bis denn ciao